Hey Mo, hier dein Ei. Hier ist dein Ei. Hier haben wir dein Ei. Danke. Schütze deine Eier. Hallo und herzlich willkommen hier bei TipTabTubes zu diesem neuen Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei TipTabTubes zu diesem neuen Video. Heute machen wir was richtig cooles. Heute genau. Hier haben wir nämlich richtig cool Merch. 2020, Mann. Auf, bevor es losgelassen. Daumen nach oben, dann vergesst nicht mehr. Daumen nach oben da. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Abonnal-karnieren. Der rappelt das alles so schnell runter. Und da hat überhaupt keine Zeit dazu, was darauf zu reagieren. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir machen das jetzt mal so. Wir geben mal genug Zeit jetzt zu abonnieren. Also, abonniert unseren Kanal. Wir warten jetzt ein bisschen. Zeit genug gehabt jetzt. Und noch ein bisschen länger warten. Wir wollen jetzt anfallen. Als nächstes dann die Glocke anmachen jetzt. Also, das ist die Glocke, die steht da unter dem Bild irgendwo. Okay, haben wir alle gemacht. Und jetzt, bevor das Video losgeht und bevor ihr wisst, worum das überhaupt geht, noch einen Daumen nach oben. So, ich glaube, jetzt ist alles passiert. Wir können jetzt noch ein bisschen Zeit geben. Komm, wir fangen jetzt an. Tatschreiben. Leute, was denn? Okay, wir fangen an. Wir fangen jetzt an und heute wird es nämlich darum gehen, dass man seine Eier schützen muss. Nein! Meinst du sie? Natürlich nicht. Ich muss einfach gucken, wo die anderen sind. Wo seid ihr? Was sagt ihr so laut? Ey! Wo seid ihr? Was macht ihr denn hier? Was schreibt denn da oben? Wir machen heute ein richtig geiles Video. Bist du bereit, deine Eier schnitt zu schützen? Was? Was? Und zwar geht es heute darum, dass wir dann jeder eine Minute Zeit haben, um irgendwelche Gegenstände hier aus dem Haus rauszusuchen. Und dann werden wir am Ende nach dieser einen Minute alle Eier aus dem Fenster schmeißen. Und der... Was bekommt der Gewinner? Und wenn das Ei dann vor einer anderen Person heil bleibt, hat der natürlich gewonnen, was? Was bekommt der Gewinner? Der Gewinner bekommt... 20 Euro! Hier, die 20 Euro bekommt er. Nein, nicht nur meine. Äh, hast du Geld? Nein, hab nichts. Papa, hast du Geld? Ich hab auch kein Geld. Hast du Geld? Wir brauchen einen Wetteinsatz. Ich hab auch kein Geld. Geld für den Gewinner. Was hast du denn bekommen? Geld? Was ist das? Geld? Nein, hast du nicht. Okay, wir sagen 1.000 Euro für den Gewinner. Hä? Was ist das denn? Du zahlst. Du zahlst. Du zahlst. Wer zahlt, schreibt es in die Kommentare. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wer bezahlt am Ende den Gewinner? Ich hab ne gute Idee. Und zwar? Wenn ungefähr... Das ist jetzt mal so ein bisschen ganz hoch gegriffen. Wenn so 10.000 Leute dieses Video sehen. Mhm. Und jeder bezahlt 10 Cent. Was haben wir hinterher? Wie viel? Äh... 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. 1.000. Reicht doch, oder? 1.000. Also wir müssen nur 10.000 Leute zusammenkriegen, die jeder 10 Cent bezahlen. Das ist doch nicht viel. So, ich geh mal kurz zu einer Nachbarschaft schon mal klingeln, ja? Warte, ich geh in die andere Richtung. Na, auf jeden Fall, was ich sagen kann es losgehen. In der Minute hat jeder Zeit machen wir alle gleich. Das ist schon kaputt. Das ist echt? Nein, aber nur ein Scherz. Ich will Neues. Nein, die sind super. Hier haben wir dein Ei. Danke. Warte mal, Max, mein Ei. Nee, das sind keine Bauern-Eier. So, die müssen wir jetzt gleich schützen. Jeder läuft vielleicht eine Minute, irgendwann stinkt ihr. Oh. Sind eigentlich braune Eier stabiler als weiße? Das sind gute Eier von Edeka. Drin ist noch Bauern-Eier und das sind alte Eier. Oh, ich nehme mal hier so ein braunes Zender. Das ist zu schade, dann packst du da wieder rein. Ich bin nicht cool, weil ich so viel das sie auch meinst. Die sind stabil natürlich die. Also, es geht jetzt um folgendes. Ja. Du schmeißt jetzt nicht meine Kissenengel. Um folgendes. Wir werden das Ei, jeder, gleich oben aus dem ersten Stock, unten auf den Stein werfen. Oh mein Gott, sogar auf den Stein. Und es darf nicht kaputt gehen. Jetzt müssen, jeder von uns muss jetzt dafür Sorge tragen, dass dieses Ei, irgendwie verpackt wird. Denn irgendwas, das sucht sich jeder raus. So, dass es diesen Sturz auch überlebt. Er ist schon was rausgesucht. Das packst du zurück. Das geht nicht auf den Boden. Doch. Du kennst doch diese braune Klebefolie, ne? Ja. Klebewand. Wo ist das? Haben wir nicht mehr. Was? Das wird ja immer richtig schwer. Ja, haben wir hier nicht mehr. Wir schaffen das. Okay, du bist dann direkt raus. Nein! Esch, ich würde sagen, dein Ei ist kaputt gegangen. Papa, du bist der Erste. Warte. Drei. Zwei. Und ihr müsst weggehen, damit ihr nicht guckt hier, was ich mag. Ich weiß schon. Zwei. Go. Los, los, los. Er holt's hin. Ich brauch ne Decke. Du bist gar nicht dran. So, Papa ist dran. Oh, du hörst schon was? Oh mein Gott. Ist das jetzt meins? Egal oder nicht? Was ist denn meins? Deine Zeit läuft nicht. Also, wenn du nun... Schnucki! Wo sind meine Gummistiefel? Wo sind meine Gummistiefel? Dann nehme ich deine. Oh Gott. Bäh. Warte Zeit. 30 Sekunden ungefähr. Was willst du machen? Was ist das? Oh, zählt was auch hier? Noch halbe Minute. Okay, was machst du? Ich bin gut. Okay. Alter, wie viel? Noch 20 Sekunden. Es ist... Alter, ich glaub das ist safe nachher. Wenn das kaputt geht, weiß ich auch nicht. Okay, 47. Okay. Das ist blöd, du hast mal einen Gummistiefel jetzt genommen. Er hat mit Absicht angefangen. Fertig. Okay, dass es sogar noch Zeit gab, theoretisch. So, Papa ist fertig. Das Ding muss jetzt so lassen. Das darfst du nicht anruhen. Übrigens gute Handyhöhlen. Ich würd sagen, wer wird's nächstes? Wer wird's nächstes? Wer wird's nächstes? Esch du? Nee, ich. Mama, du. 3, 2, 1, los! Ey, ey, oh! Ey, direkt nach oben? Ja. Alles klar, was willst du denn hier von oben holen? Ja. Ey, ist das im Zimmer? Ich. Ey, ist das eine Spinne. Nein. Was willst du denn da? Natürlich ist das eine Spinne. Was kommt da was rein? Hä? Ich nehme das Klopapier, weil er schon selber Zebra da hat. Ey, kein Klopapier hier. Deine Zeit läuft, du hast noch. Wie lange hat er? 40 Sekunden. 40? Ja. Was geht denn noch? Okay, deine Zeit läuft. Oder was? Ja, Mama. Es ist noch zugehören. 30 Sekunden. Und wenn das gleich kaputt geht, ne? Ey, nicht bei mir. Das wollte ich machen, Mama. Nee, das wollte ich auch machen. Nein, Mama. Du wolltest mein Kissen nehmen. Ja, nehmen wir auch dein Kissen. Fertig schon? Mama ist fertig. 43 Stunden hat sie gebraucht. So, jetzt bist du bereit für deine Runde. Die geht los. 3, 2, 1, los. Direkt schon. Okay. Geht los. Die glaubt hier war... Hä? Ich glaub das Brot wäre mal ne Idee. Ich glaub da hast du noch nicht so viele Gedanken gemacht, wo du das reintun willst, ne? Nein. Deine Zeit läuft. Ich kann nicht sagen. Du hast noch 50 Sekunden Zeit. Also, ich würd mich an deiner... Das ist wahrscheinlich kein Teller, oder? Noch 40 Sekunden hast du gleich... Also, passt noch. Was suchst du hier? Ja, das ist alles leer. 40 Sekunden. Es gibt ja nichts mehr. Und sonst hast du es leer. Du hast leider noch 30 Sekunden. Und... Die Zeit läuft weiter. Ey. Ich hab nicht mehr... 30 Sekunden noch. Los, los, los. Hat er sich gerade aus dem Glück genommen? Ja. Was ist das? Ah, lol! Das ist sogar... Vielleicht bin ich sogar. Noch 20 Sekunden. Ungefähr. Lauf, 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 lauf. Du hast nicht mehr viel Zeit, ey. Nein. Nein, nein, nein. Nicht meine Decke. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast auch mein Kuscheltier genommen. Deine andere Decke. Oh nein. Eine gute Idee mit der Decke. Ist echt so. Eine gute Idee. Noch fünn... Oh, aber noch nicht diese. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Das Kissen. Eins. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Wenn es so fällt... Mann, bitte. Ich hab den direkten Hunde-Kackboden. Okay. Auf die Plätze hast du dein Ei schon in der Hand. Ach so. Du schmeißt doch nicht erst auf mein Kissen da außen. Doch. Mann. Ah, darf ich das noch festkleben? Nein. Du sollst das nicht essen. Nur schützen. Ich weiß, aber es kommt irgendwo rein. Schütze deine Eier! Du musst doch ein bisschen laufen, okay? Ich lauf immer. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Oh mein Gott. Du kannst direkt nur umkehren. Umkehren, 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 umkehren. Geh du vor, vor, vor. So nicht die Jacke. Machst du dich. Ich hau dich gleich. Ich hab alle meine Polis rübergebracht. Ja, du hast sie nicht. Doch, hör mal raus. Kassi her. Machst du hier das ganze Haus kehren? Meine Sachen sind da oben. Frage Uhrzeit. Äh, 20 Sekunden hatte noch. Was? 20 Sekunden nur noch. Nein, 40. Ach so, 40. Jetzt seid ich noch mit 30 Sekunden noch. Ach, ich glaub das hält. Was wenn das nicht hält, ne? Okay. Stiefel. Beschützt meine Eier. Los. Los. Okay, gucken. Komm, gucken, gucken, gucken. Schnell, schnell, schnell. Hat das das Ei überlebt? Wehe, ich hab das Ei im Schuh. Ist da was drin? Ist das nicht geplatzt? Also ist alles sauber, ne? Als ob. Aber hast du richtig gut aufgeprallt. Ey, es ist schon gut eingepackt. Doch, das ist heiß, oder? Oh mein Gott. Wow. Papa, du bist schon potenzieller Gewinner hier. Tür zu. Ich beschütze meine Eier ganz gut, oder? Und es geht weiter. Mamas Kuscheltier. Aber es geht bestimmt kaputt. Ich hab das bei euch nicht so dick wie bei euch. Bereit? Ja. Los. Drei. Zwei. Eins. Und es geht gut. Ah. Das hörte sich an wie Klatsch. Ja. Das hat geknackt. Ja, ich hab auch. Mein Kuscheltier. Mein Ei. Mein Kuscheltier. Das riecht doch aufgeknallt, Mann. Also echt. Ist mein Kuscheltier? Ich kann mir vorstellen, dass es kaputt ist. Ja, ist es, ist es, ist es. Und? Ist es noch heil? Ist es richtig aufgeditscht eigentlich? Ist heil. Ist es heil? Ey, nachher bin ich der Einzige, der es verkackt hat. Oder ich. So, wir schauen mal, ob Ash, Ei, Heil, ob der es gut schützt. So, du bist dran. So, du bist dran. So, let's go. Kommt, mach drei. Drei. Und aufs Holz dann. Eins. Aufs Holz. Und los. Klatsch. Ich würde sagen, da hat was geknackt. Ich würde sagen, da hat was geknackt. Knack. Und jetzt hast du nasse Füße. Ist mir egal. Alles human eye. Jetzt bin ich gespannt. Ist es heil geblieben oder nicht? Oh mein Gott. Jetzt nicht noch mal draufdrücken, ne? Das wäre so. Heil. Eins auf alle. Ich guck die ganze Zeit hier bei der Kamera auf. Ist nichts passiert? So, ich bin dran. Das geht so safe kaputt, ich sag's dir. Oh, ich weiß nicht mehr. Ja, egal. Aber ich glaub nicht, du hast es so gut eingewickelt. Das geht ja voll, ich sag's dir. Ich auch. Bereit? Drei. Zwei. Eins. Oh, das hat sich richtig sanft angehört, Mann. Tatsächlich, das hat sich richtig gut angehört, eigentlich. Ich glaube, wir haben kein einziges Ei kaputtgekriegt. Kann das sein? Ich glaub auch. Irgendwas batscht da so. Was ist das? Wo ist das Ei geworden? Ist das denn da so gelb? Da ist das Ei. Ah. Oh. Nichts passiert. Aber es war nicht mal irgendwas eingewickelt. Nur ne Pulli. Ja? Zwei Pullis. Zwei Pullis. Ah, anscheinend gereicht. Guck mal, da hab ich am wenigsten gemacht. Ich würde sagen, das überrascht mich jetzt aber mal ehrlich, ne? Ja, mich auch. Ich hatte wenigstens eins geht kaputt. Also ich hab gedacht meins. Nö. Wir gucken, wer es am schnellsten kaputt geht auf dem Tisch. Ja, genau. Auf der Höhe. Genau. Und da jetzt keins kaputtgegangen ist, bisher schauen wir einfach mal generell aus welcher Höhe die Eier kaputt geht und dann natürlich welches von uns am ersten kaputt geht von uns vieren. Wie machst du das? Naja, wir lasst uns aus der Höhe fangen, Mann. Wie immer mal denn hin? Ich denke, wir haben ein Video hier. Wir machen das disqualifiziert. Okay. Und dann läuft es so ab. Wir fangen hier auf einer Höhe an. Gucken, welches am schnellsten dann kaputt geht. Bereit? Dann fangen wir an. Hier fangen wir an. Nein, das ist es los. Komm, hier. Nimm ein paar Wochen. Nimmst du? Alle auf der gleichen Höhe hier. Alle auf der gleichen Höhe? Ja, natürlich auf der gleichen Höhe. Was machst du denn da? Die gehen sogar von so kaputt. Das glaube ich auch. Die brauchst du nur so hinzuhalten. Okay, dann machen wir so. 3, 2, 1. Kaputt. Meins ist nicht kaputt. Meins ist angeditscht. Meins auch nicht. Meins ist auch ein bisschen angeditscht. Meins haben gar nicht gemacht. Die sind alle kaputt. Nein, man hat sich nicht passiert. Was? Er schnitt. Sag ich mal her. Ich hab ein Supperei. Leider vorbeifeln. Gut, ich würde sagen, der gewinner ist noch nicht ganz, obwohl doch der gewinner ist ja nicht vertretert. Ich würde einfach sagen. Er ist, er ist am besten. Das war's. Das ist jetzt noch mal knapp. Jetzt nur anlemmtet von hier. Aua. So, ich würde sagen, lasst doch den Daumen nach oben da. Wer will zahlen jetzt nochmal die 1.000 EUR? Ja. 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 Ich würde sagen, lasst den Daumen nach oben. Das ist die klare Kostos. Äh, shit. Äh, shit. Äh, schloss das. Gebraten den Spiegelei. Alter Schwede, also das wird aber nachher noch gegessen. Ja, das schmeißen wir nicht weg. Guck mal, Löffel und dann... Das wird nicht weggeworfen. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Schreibt jetzt in die Kommentare rein. Sollen wir das essen oder nicht? Und wer hat hier die beste Verpackung gemacht? Ich. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 구